Musik Wir werden am 23. eine musikalische Reise ums Schwarze Meer machen. Von den Balkanländern über die Türkei, wo es natürlich sehr viele schöne Schwarzmeertänze gibt, in die Ukraine, ans Schwarze Meer, nach Odessa, auf die Krim-Halbinsel, Südrussland und Georgien. Und ja, wir freuen uns wie gesagt sehr, wenn ihr dabei seid und möglichst. Hallo, ich bin Annette Maier, die Klarinettistin vom Ensemble FISFIS. Und ich freue mich sehr, am 23. Juni in Stuttgart aufzutreten mit dem Ensemble FISFIS und unseren musikalischen Gästen. Wir haben viele schöne Instrumente dabei. Neben vielen Rahmentrommeln und der Klarinette auch Akkordeon und Kanun, die türkische Schoßharfe. Ich freue mich sehr, in dieser Besetzung aufzutreten und dass wir mit Turquoise e.V. kooperieren. Ich hoffe, ihr kommt alle und bringt ein bisschen sonnige Laune von draußen mit in die Thomaskirche in Stuttgart. Tschüss! Stuttgart 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 Untertitelung des ZDF, 2020